hallo liebe fangemeinde von alpha mobil da bin ich mal wieder so der winter ist vorüber die sonne kommt raus das früher naht der sommer naht und ich habe euch wieder hier was ganz besonderes mitgebracht nämlich unser neuen sc 300 der maxi scooter von alpha motors ein wunderbares prachtstück in einer geilen farbe und dieser roller besticht eben durch seine leistung der fast 300 kubik starke wassergekühlte motor leistet 24 ps und das beschleunigt diesen roller in der endgeschwindigkeit bis nahezu 125 km h dass ihr seid auf der autobahn damit gut unterwegs wenn ihr wollt oder auch geben auf der landstraße zum cruisen ist dieser roller gemacht er bringt richtig spaß und laune ist mit so vielen details ausgestattet dass ich mir das eigentlich gar nicht alles merken kann aber fangen wir mal an natürlich hat dieser roller eine abs bremse das heißt vorne und hinten in den scheiben habt ihr eine abs bremse mit verbaut die den roller eben zu einem wirklich sicherheits und sicherheitsaspekt mit abs bremse super bremst dann habt ihr ein volles multi display mit allen anzeigen anzeigen was ihr braucht ihr habt natürlich ein keyless go start ja ihr braucht keinen schlüssel mehr sondern ihr habt den schlüssel nur noch bei euch und drückt und dann startet der roller ihr habt ein bluetooth radio ihr könnt musik abspielen ihr habt ein sensationelles licht nämlich eine led doppel scheinwerferanlage die euch auch im dunkeln die fahrsicherheit bringt und ihr seht alles wunderbar ihr habt ein usb anschluss hier eingebaut ihr könnt also euer handy als gps system nutzen oder auch telefonieren wie ihr wollt während der fahrt ihr habt hier noch ein fach wo ihr eure sachen unterbringen könnt ihr habt dann eine super große sitzbank ein komfort ein fahrkomfort dadurch wenn ihr auch mit dem sozius also mit eurer liebsten oder liebsten unterwegs seid die genügend platz hat das fahrzeug kann mit diesem wunderbaren großen top case ausgestattet werden das fahrzeug wird ausgeliefert mit diesem großen windschild das eben bei wind und wetter schutz bietet oder auch bei höheren temperaturen ein wirklich sehr sehr schönes windschild daran sind eben diese seitenspiegel auch direkt montiert das sieht nur gut aus sondern es lässt sich auch wunderbar dadurch manövrieren im verkehr ihr habt ein sehr sehr schönes großes fahrwerk was unheimlich gut für das für den fahrkomfort sorgt nämlich ihr vorne eine 14 zoll bereifung und hinten 13 zoll bereifung das ist sehr sehr schön auf dieses fahrwerk abgestimmt der roller ist im ganzen zwei meter 22 lang insgesamt könnt ihr ihn mit 360 kilo fahren das heißt also der roller selber wiegt 180 dann kann man sich ungefähr überlegen wie man wie viel man zuladen kann ja das ist also wirklich ein reiseroller auch man kann auch theoretisch sich noch seiten taschen hier besorgen so dass man mit diesem fahrzeug auch verreisen kann längere touren fahren kann das ist ein touring roller wir haben den roller zu einem preis im angebot der also wirklich im vergleich zu anderen maxi rollern sehr sehr gut ist nämlich 4349 euro zur zeit wenn man das top case dann kann man für 50 euro mehr denn dann noch dazu bekaufen also das ist ein super preis wir liefern dieses fahrzeug fahrfertig vor die tür ihr braucht also nur noch den entsprechenden führerschein nämlich den alten klasse 1 oder a oder a2 das ist das was ihr braucht damit ihr dieses passstück fahren könnt in deutschland und dann müsst ihr es natürlich noch zulassen und mit einem nummernschild versehen und dann kann die reise abgehen lasst euch das nicht entgehen mit so einem tollen cruiser durch die lande zu cruisen maxi scooter fahren ist richtiges motorrad fahren weil der hat bums unterm kleid der motor geht richtig ab also das ist freude und bringt viel spaß also haut rein und viel spaß toi 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 toi